Und dann habe ich da letztens so kleine Skorpione eingesetzt, die diese Killermilben fressen. Ohne Witz, ich gehe gerade hier hin, habe mich erst gewundert, yo, warum sind hier so viele Bienen? Die haben hier nämlich einen Eingang gefunden. Dann mache ich so das Fenster auf und ich schwöre, hier unten saß so ein Skorpion. Ah, das ist jetzt schade, der ist jetzt leider weg. Und wir gucken jetzt mal, was hier los ist, weil die wollen da alle rein. Wir machen jetzt mal hier auf und gucken mal, wie es denen geht, weil habe ich ja lange nicht reingeschaut. Vielleicht finden wir ja da drinnen Bücher-Skorpion. Müssen wir mal gucken, wie wir das aufkriegen. Hoffentlich zerquetsche ich die jetzt nicht. Wow. Alter, wie das riecht. Was ist abgefahren. Ey, wenn ihr euch vorstellen könntet, wie das riecht, seht ihr das hier? Das ist alles Propolis. Die haben hier einfach mal, das klebt auch übelst doll. Seht ihr, wie das klebt?